Wenn der Typ jetzt hinfahren will, habe ich gerade keine Ahnung. Bisschen Mundschutz tragen. Fertige Hände, Zeichen dafür, dass es gut schmeckt. Wir steuern gerade einen der schönen Märkte an, etwas nördlich vom Zentrum und das ist jetzt gar nicht mehr so weit weg. Wir werden jetzt noch zwei, drei Minuten mit seiner Motorrichter durch die Gegend fahren. So schaut es dann aus, wenn es klein gehackt ist. Ein schönes Stück Bauchfleisch, schön fett. Fertige Hände, ein Zeichen dafür, dass es wirklich, wirklich gut schmeckt. Wir sitzen jetzt im Zug von Chiang Mai nach Bangkok in der zweiten Klasse, relativ bequem, aber auch sehr, sehr kalt. Die haben hier irgendwie die Notwendigkeit den Zug auf 16 oder 14 Grad drauf zu kühlen. Alle haben hier irgendwie tige Klamotten an, kein Mensch weiß warum. Wir haben jetzt die erste Stunde geschafft und haben jetzt noch knapp zehn Stunden und es ist wahrscheinlich nicht wärmer. Deswegen müssen wir unsere Arme und Beine ein bisschen warm halten mit einer Necke. Und nicht verlieren die seit 2.0 4.1. ribbischen Was haben wir? 13.30 Uhr? Ja. Es ist jetzt gleich 13.30 Uhr. Wir sind jetzt also schon seit 4.75 Uhr an Bord. Eigentlich müsste man sagen, wir hätten schon die Hälfte geschafft. Aber wenn man genau schaut, haben wir gerade erst ein Fünftel geschafft. Bis Bangkok sind es noch einige Kilometer. Aber der Zug hat sich mittlerweile gefüllt, das kann man mal zeigen. Er füllt sich auch weiterhin. Wir haben jetzt hier jemanden, der einen lustigen Lied gehört. Das ist ein Fünftel. Das ist ein Fünftel. Letzter Tag im Wacken. Es ist gerade mega Rush Hour. Wir sind gerade mitten in Chinatown, es ist gerade richtig voll hier, aber es macht gerade richtig Laune. Es riecht schon wieder verdammt gut, hier wird überall Essen aufgetischt. Und wir machen heute Party im Chiroco, dem USD Tower. Wo der Jeep jetzt hinfahren will, habe ich gerade keine Ahnung, aber das wird sich bestimmt gleich zeigen. Und wir machen heute Party im Chiroco. Und wir machen heute Party im Chiroco.